Ich finde es richtig gut, dass du das sagen möchtest und deswegen bekommst du auch jetzt sofort die Chance. Gloria kommt jetzt. Ihr zwei, kommt gerne mal zu mir. Hi. Wie geht es euch beiden? Ich bin fix und fertig mit meinen Nerven. Mir geht es. Kann ich mir. Ich bin unfassbar glücklich, dass sie da ist. Ich bin unfassbar glücklich, weil ich weiß, weil ich weiß nun, dass ich zu ihr die ganze Zeit loyal geblieben war, dass ich gar keine Fasch. Wir können die Videos anschauen. Ich habe gar keine Fasch. Ich habe gar keine Fasch. Ja, das ist ganz klar. Wir können die Videos anschauen. Schatz. Schatz, aber welche Worte du zu mir gesagt hast, was ich auf dieser Lagerfeuer gesehen habe? Ich habe nie beleidigt, solche falschen Worte zu dir gesagt. Aber seit diesem ersten Tag bis zum Ende, ich habe immer gesagt, wie viel du so sehr liebe und wie viel du mir fehlst. Ich habe jede Nacht geweint. Ich auch. Jede Nacht. Ich auch, das ging bei mir auch gleich so. Du bist die Liebe meines Lebens, du weißt das. Deswegen, du wolltest mich essen. Jetzt hast du das. Ich habe dir das gezeigt. Alles, was ich hatte, ist Spaß. Alles, was ich hatte, ist Spaß. Nur Spaß. Finger an den Mädels. Finger, welche Finger? Das ist du sehen. Temptation Island ist definitiv nichts für schwache Nerven. Die Frage ist nur, halten die Beziehungen das aus? Die Antworten bekommt ihr hier bei den neuen Folgen von RTL Plus. Hier gibt es weitere Videos. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal.